Ja, also siehst du, wenn du so einen Scheiß weißt, was ich ja wieder gescheitig zurückführe. Wie ist das denn? Einschalten? Ja, das habe ich quasi eine Idee. Das habe ich quasi eine Idee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Scheiße. Oh, die Kamera weg. Die Kamera, da liegt es. Oh, keine Lecke. Der hat mich runtergetuscht. Oh, die Mutter ausgelissen. Scheiße. Wenn du die Motoren zum Beispiel ein bisschen weiter nach innen setztest, dann hast du da ein bisschen mehr Puff fahren, aber wenn er ab Zeiten irgendwo eine schnegert. Oder da kann man sich da so schützen oder irgendwas drauf machen, weiß ich auch nicht. Ja, das ist schade. Das war jetzt so was. Boah, Alter, der Hund, da fahren wir halt ein Stück aus und dreht sich voll um. Das ist die Antenne. Das ist die Antenne, weil das eine ist abbrochen und die andere habe ich noch leicht angelötet. Ja, da kommt es schon sein, wenn er so im Schatz genießt quasi und da ist genau der Akku vielleicht inzwischen. Das ist die Antenne, weil es rund so minimal ist. Mit 100 Metern ist es sehr locker. Ja. Deine Scheiße.